hallo und herzlich willkommen zum monster hunter world wir sind immer noch falls ihr mir in den letzten videos verfolgt habt auf den spuren des radian dazu muss ich halt ein paar monster kalt machen und immer wieder diese spuren finden ich kann auch expedition starten und hallo mein erster live stream geil oder richtiger live stream mit kamera meine katze spielt gerade verrückt meister der zweiten flotte waffen langschwert ja gut ich kann ja nichts bauen so habe ich bock eine expedition zustande optionale quest stufe 6 raysian raysian puki puki geile auswahl machen wir raysian oder raysian schauen wir mal braune wüste grüne königin äh südwestliches lager machen wir einen gutschein so ich habe eigentlich noch keine einzige raysian gekillt man was eine schande jetzt gehen wir noch zum zum miauzi was ist hier los alter was wollt ihr alle von mir bist du interessiert daran für die kantine weitere zunahmen zu beschaffen das wäre was kümmere dich um die quest koch quest lieferung im begriffen dann wird das menü so schwer dass du es nicht mehr hochheben kannst du wirst fortschritte du wirst ruhm dann bring mir die sachen lass mich nicht hängen ja tal der verwesung koch utensilien aus dem tal der verwesung nein so was bist du jetzt eigentlich für eine schwesterliche viererin hey ich möchte etwas oh hey ich könnte etwas hilfe gebrauchen meinst du du kannst mir dieses gefallen tun wenn du schaffst geschafft es gibt es einen neuen dünger für den alten baum danke viel glück kulja kuh prachtfeder ok ja ich sag nie was und ich nehm es einfach an hart am arbeiten hey hey wie bitte du hast mich murmeln gehört ja der koch hat mich gebeten für ach das ist dasselbe scheiß was der jedes mal labert bla 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 viel glück gyros reißzahn hab ich doch äh halt so futter futter vom kutter äh elementwiderstand hoch verteidigung ähm elementwiderstand wäre vielleicht gut beim raisieren nein wir haben wieder verteidigung schmerz weiter geht's ach so ich würde ja auch was schaut mich nicht so an das der der richtige waffe habe ich dabei rüstung ist vielleicht nicht wirklich für gift gemacht egal ups so zack 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 erstmal fudern zweimal hä ach scheiße ich hab ja was gefressen ne das gibt es ja beim ersten mal schon kopf stein kraut 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 oh ja 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 ich bin tartzahn fußbohren scheiß auf fußbohren ich brauch diese cyracean fußbohren äh diese speziellen sonst komm ich meine quest nicht weiter und an, 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 an. Wassermoos, Schallbeere interessiert mich, alles ein Scheißdreck. Oh, verdammte Scheiße, da ist sie ja schon. In die Fresse! Oh, ich hab immer... Ich vergesse jedes Mal, dass ich auch ein Stöpsel nicht habe. Geh weg! Wow! Du kannst Feuer spucken. Ei, 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 ei. Achso. Bist du Marsel-Arzt, Drache? Oh, oh. Ei, 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 ei. Ah, fuck. Fuck you! Fuck you! Äh, erste Hilfe. Nein! Nein! Boah! Macht er es zweimal? Ja, macht er zweimal. Ja, finde ich immer gut, wenn du auf mein Miauzi haust. Boah! Ich hab's kommen sehen und hab's trotzdem nicht verhindert. Komm her! Komm her! Komm her! Oh nein! Boah, lecker, alter! Warte, kann ich doch hoch? Ja! Hä? Hat super gewirkt. Komm her! Oh, oh! Oh, scheiße! Der will mich auf die Sprüche im Arsch! Verdammt! Nein! Na gut! Wenn er schon den Kopf hinhält, müssen wir... Alter, wie du sich das wegdu... Ja, genau! So finde ich das gut! Nein! Hörst du auf! Warte mal! Aber so könnte ich das nicht machen! Ja! Okay! Boah! Schnapper geht der Scheiß direkt nimmer! Hä? Ich wollte zwar nicht den Kopf treffen, aber hey, wenn's funktioniert... Jeder Schaden ist guter Schaden! Ah! Alter, ich schau einmal in die Kamera und... Die Kacke ist am Banken! Trank, trank... Oh, oh! Fliegt der weg? Feigesau! Was für ne Muschi! Okay, das ist ein Weibchen, also... Nee! Du feiges Schwein! Warte, wo muss ich eigentlich hin? Halt, da drüben geht's rum! Alte Raisin! Ah! Da sind die Schuppen! Wo sind diese Schuppen? Die liegen da hinten! Hier geht die Fährte des mysteriösen Monsters weiter! Was heißt weiter? Das ist immer dieselbe Stelle, Mann! Da sind die Schuppen! Alte Raisin Kerben! Nehmen wir auch mal mit! Jeden Scheiß kann er unterwegs mitnehmen, aber das nicht! Oh fuck, da ist er ja! Kopf runter! Er ist sauschnell irgendwie, ne? Oh oh! Hehehehe! Damit hast du nicht gerechnet! Ja, verdammt! Ich hab mich nicht gedreht! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Kleines Arschloch! Alter, was hat der gesoffen? Red Bull oder so? Du bist... Ey, bleib doch mal locker, Mann! Bleib mal leicht! Bleib mal leicht! Es wird mal leicht akquisierten Touch, ey! Oh! Oh Scheiße! Jetzt ist sie pissig! Jetzt ist sie richtig pissig! Ist mir schon klar, dass du eine platziert hast, aber das bringt mir gar nichts! Warte mal, hier waren irgendwo Raytheon-Schuppen gelegt! Bester Wilhelm! Nein, das ist was Falsches! Oh verdammte Scheiße! Die kleinen Mistviecher! Oh da! Wo kommst du jetzt zu her? Wie der macht zwei Subdrehungen? Wirkt bei der der Giftkirche überhaupt? Ah! Drache auf Koks ist nie gut! Was macht ein Weiner, Alter? Der zieht sich einen Flachmann rein! Oh ne, der macht ja den Scheiß zweimal! Oh fuck! Uuhuhu! Wie der dreht nochmal um! Und nochmal! Nein, nein, nein! Das mal check ich's! Das mal hab ich's raus! Nein, nein, nein! Fuck you! Komm her, das geht, das geht! Und! Rutschen! Ja! Ja! Wobei der schon irgendwie putzig ausschaut, wie er mit einem kleinen Messer auf ihn wie ein Monstereinstieg! Komm, komm komm, komm 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 kommer! Jetzt mach endlich deine Elanklinge, alter! Ich will so nicht ewig reiten. Oh, scheiße. Fast, fast, fast. Jetzt, zack, zack, zack. Jetzt gibt's Frickassee, Alter. Was ist jetzt passiert? Warum ist die jetzt geschockt? Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, was abgeht. Fuck die gerade. Ich nutze das jetzt geradenlos aus. Oh, verdammt, sie packt nicht mehr. Oh, jetzt ist sie pissig. Eigentlich ist sie ganz halt pissig, aber was soll ich das so ist? Ja, sie fliegt weg. Ah, da sind die Radiance-Suppen. Äh, Wettstein. Huh, fördern. Ja. Meine Klingel. Sauberkeit kommt zu... Nein, Schärfe kommt zuerst. Wo ist die eigentlich hin? Die ist da unten. Oh, du machst das aber schön einfach, wenn du da rumschwebst. Hey, geht weg. Tschüss, Ronyo. Na, super. Und ich hab's voll verkackt. Nein, 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 nein Jetzt könnte man natürlich sexistisch sein, ne? Ist ja ein weibliches Monster. Ne, 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 so war das nicht gemeint. Ja, komm her! Was zur Hölle? Warum ist denn jetzt der cool Akuta? Oder was der Scheiß drauf wieder heißt. Das Ding verarscht mich doch, oder? Wow! Nein! Er dreht sich wieder rum, er dreht sich wieder rum. Boah! Nein, 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 nein! Ich sehe halt gar nichts. Komm, es ist noch einer! Willst du mich verarscht? Was soll denn der Scheiß drin jetzt? Nein, 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 nein! Ja klar, und oben warte der andere auf mich. Ich fühle mich gerade voll verarscht, Mann. Ich mein, unbedingt würde ich sehr gerne. Boah, wir haben mich trotzdem noch erwischt. Warte, was ist das? Gib her. Cooler Kuhmaterial. Geil, ich habe ihn zwar nicht einmal erwischt, aber scheiß drauf. Nö, 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 nö. Ich bleib hier mal. Sehr gut, spring ruhig runter. Oh, verdammter Scheißdreck. Sag mal, ihr verarscht mich doch gerade. Kann ich mich hier verstecken? Tatsache. Oh Gott, er weiß, wo ich bin. Oh ne, er weiß doch nicht, wo ich bin. Der Racer ist irgendwas da unten. Das finde ich geil am neuen Monster Hunter, Alter, diese Revierkämpfe. Wie, der fliegt weg oder lässt er mich mit dem dämlichen Vieh alleine? Scheiße, Mann. Sheet. Sheet-Happies. Geh bloß weg von mir. Nein, hau ab. Alter. Das ist nicht normal, ne? Das ist nicht normal. Ja genau, bleib da, bleib da, bleib da. Bleib da. Oh oh. Nein, 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 nein. Ja, wenn es mir schon hin ist, muss ich auch draufhauen. Boah, der liegt, der liegt, der liegt, der liegt, der liegt. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, shit. Nein! 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 Steck dir den Drang rein! Und jetzt steck dir den Scheiß zurück gegen Diefdrang rein. Und, und jetzt brauche ich einen Megadrank. Wo ist der Megadrank? Da. Was sind wir noch da hinten? Was macht die? Oh, oh. Nein, erst nehme ich diese Raisin Schuppen mit. Und wegen dem bin ich überhaupt der Stier. Einmal im Kreisraum, bitte! Alter, hör mir auf wie alles zu demolieren, Mann. Aber... Ja! Hau drauf! Und wieder ans Schwänzchen. Komm, 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 komm! Ja, lauf wohin du kannst! Komm, 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 komm! Hau doch schnell dazu! Und immer schön in die Fresse! Warum liegt der da oben? Nein, das ist doch voll der Kacke! Nein! 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 Und erst nehme ich noch mit! Die wollen mich verarschen heute! Die verarschen mich denn! Oh! Fuck! Fuck! Geh weg! Nein! 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 Das Messer ein paar mal reingerammt und so weiter. Hehehe Macht das nochmal? Hat er die Stacheln vorher eigentlich auch schon rauskackt? Ich glaube nicht. Wo ist die Vitalwespelung? Gib, 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 gib! Alter! Halt doch die Fresse! Wie? Jetzt fliegt er weg! Diese feige Sau! Aber, 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 aber... Zeit für Waffenpflege! Ja! Donnerkäfer? Wo ist der Donnerkäfer? Scheiß drauf, ich habe keine Fallen dabei! Nyauuu! Hopp! Und runter! Hui! Bleib ruhig da unten, ich muss hier erst abbauen! Was zur Helle macht der da unten? Wow, jetzt hat er mich gesehen! Jetzt hat er mich gesehen! Jetzt hat er mich gesehen! Jetzt will er mir! Hansel jeder! Komm her! Komm her! Komm her! Na komm! Komm her! Jetzt wird er sich aus! Oh oh! Wirklich! Und komm ich kriege ihn, ich kriege ihn! Ok, das hat nicht so funktioniert wie ich Gold hab, aber ich hab ihn bekommen Oh 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 nein Nein, 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 nein Er hat einfach da durchgeschlossen Oh, Raysian-Schuppen Ja, doch, komm mal, auf mit der Oh, 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 oh Komm da, komm da Ja, ja, nein Nein, nein Ist das nicht, kann ich ihn immer wieder treffen Oh, fuck Ja, haut ruhig zu und Und, nochmal Und Äh, ähm, nein, nein Darf ich dich unterbitten, das Rennen auf dem Schulgelände ist nicht gestattet Komm, 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 komm Oh, scheiße, ach, der rennt Ich hab meine Ausdauer vergessen, ich hab meine scheiß Ausdauer vergessen, ich hab bloß nur eine Ration dabei Das hat nicht so gut funktioniert Dieses Raytheon ist ein Arschloch Ausgebildet im Arschloch-Camp Und ich hatte grad Schwachsinn Dämliche Müsse Spinnen jetzt nicht mehr mit Warte, das ist da Ah Du wirst mich doch verarschen Warte, was war'n da? Oh ne, sind früher Kuhfusspulen Alter Wir können da ruhig weitermachen, ich nehm die Schleuderbomben noch mit Gut, ich dachte jetzt eigentlich das wär'n Material oder so Cooler Kuh-Material, warum find ich so'n Scheiß vor dem? Cooler Kuh-Federn, ente sind auch keine Sau Fußspuren, Federn Wassermos Boah, ich bin halt total am Arsch, Alter, wenn du mich... Ah, hier ist ne Kröte Komm her, komm her, komm her, komm her Mach! Wir halten ein paar Sekunden zu früh durch, Leute Mach's nochmal? Gut, dann halten wir Ja, scheiße, ey Ja, komm, Alter, was willst du denn? Dusche wieder hier, du Bob, Alter Ich mein, du kannst ruhig ein bisschen mit dem Racing fighten, wenn du's Spaß macht Oh, der liegt an! Nein, ich komm zu spät Ich komm zu spät, ich komm zu spät, ich komm zu spät, ich komm zu spät Boah, ich komm gerade zu spät Was soll das grad passieren? Ja, flieg weg! Ich will nämlich hier auch weg Nein Was ist denn, was war das jetzt? Hä, so dumm und rammt seinen Kopf im Boden Alter Oh, Racing Spuren, da Ach, die ist wieder in ihr übliches Gelände Ach, du Kacke, Mann Oh, die ist pissig Warum ist die pissig, Mann? Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann, das war doch der andere Nein, 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 nein Schau aufständig, sonst retten, Mann Das ist nicht cool, Mann Das ist einfach nicht cool Jetzt macht er wieder seinen Saldo. Auf den Boden, auf den Boden. Nein, er macht ihn nochmal. Wer war das nochmal? Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Nein, 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 nein. Jetzt kommt zum Beispiel, ich habe eine scheiß Flammenrüstung an und das macht ihn mit einem Schlag kalt. Komm her, komm her, komm her. Oh, Volltreffer. Komm, 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 nochmal, nochmal, nochmal. Oh yeah, oh yeah. Oh, oh. Das ist mein Baum in Ruhe, das ist jetzt mein cooler Baum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe hier einen Schwanz abgehört. Oh, verdammt. Komm, das ist jetzt... Ja, ja, ja. Fliegt die? Nein, fliegt nicht. Steck dir ein, steck dir ein und hauen, steck dir ein und hauen, steck dir ein und hauen. Steck, steck, steck dich, steck dich. Steck, 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 steck. Komm, komm. Ja, klar, wenn einer auf dem Rücken auf einen einsteckt, sollte man erst mal eine Pause machen. Oh, komm, töte es, töte es. Ja, es liegt nochmal. Aber ich habe nicht genug für den letzten Angeln. Oh, jetzt ist er wieder pissig, jetzt ist er wieder pissig. Oh Gott. Scheiße. Nein, nicht, erste Hilfe, erste Hilfe, zu wenig. Scheiße. Nein, 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 nein. Ja. Nein, nicht, grillen. Alter, das war gerade so eine Scheiß-Sekunde vor dem Ding weg. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Raisin Stachel Plus. Das ist wirklich ein Plus-Monster, ne? Nicht gut, ich hätte es bedenken können. Ich meine, das ist eine Stufe 6 Quest oder so. War das eine Stufe 6 Sterne Quest? Irgendwie so. Wo ist der jetzt eigentlich? Der ist da hinten irgendwo. Irgendwas hat mich gesehen. Ach, das ist bloß das. Komm ich nicht in der Erleichterung? Ha. Cooler Kuh, alte Federn. Ach, der ist jetzt da oben. Warte mal, das kann ich doch auswählen. Raisin. Da lang. Okay, erst fördern. Also manchmal wächst hier Stein noch viel zu schnell nach. Ich meine, geil zum Farben, aber... Wo ist denn der? Ist der unten in der Höhle? Hm. Ne, der ist auf derselben Höhe wie ich. Das heißt, der ist weiter oben. Da oben wahrscheinlich. Nein, der ist wirklich unten in der Höhle. Ah, ich weiß, wo er ist. Ja, ja, ich weiß schon, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Blitzkapsel. Habe ich nur eine. So, jetzt geht es erstmal wieder rund. Auf die Schnauze. Ja, immer wieder geil. Oh. Er macht es nur einmal. Er ist nicht schrecklich. Okay. Oh. Oh. Nein. Ach Gott, das ist so ein scheiß Witz, Mann. Wir sind hier in einer engen Höhle. Oh. Warte, 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 warte. Das muss ich mitnehmen. Dafür bin ich doch eigentlich hier. Nein. Das ist keine gute Idee, in die Nähe vor dem Vieh zu laufen. Ich weiß. Da. Alter, wie halt hier zwei riesige Monster sind. Aber die alle zwei bloß mich zum Frühstück wollen. Ja, genau. Ja. Bekämpfe gegenseitig. Auf die Fresse. Ja. Ja. Dreh dich. Dreh dich. Und auf die Rübe. Ja. Ja, okay. Warum nicht nur eine Pause machen. Ja. Ja. Erjagen. Ach, gutes Gutachten. Befristet der Beutezug. Was? Okay. Ist der andere Wichser jetzt abgekauft? Was ist das? Warum brennt es hier? Oder ist das die Scheiße von dem anderen? Im wahrsten Sinne das war das scheiße Riesen Stachel plus, Riesen Schuppe plus, Riesen Gewebe, ach ja ich kann ja nur mal eins holen So platzt hier alles, könnt ihr es mitnehmen? Meins Nein, 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 steck's wieder weg, nein, verdammt falscher Knopf, viel zu blöd ist die Waffe wegzustecken, bisschen Schussmaterial, geil Ich meine ich habe nichts dafür getan, aber ich habe es bekommen Boah, ich habe 30 Minuten dafür gebraucht, was geht? Scheiß plus Monster So, Riesen Schuppe plus, Riesen, Flügelkralle, Flügelkralle, Rückenpanzer, Flügelkralle, Rückenpanzer, Rückenpanzer, Ryskogel Hochwertiger Knochen, Mysteriöser Feenstein Rückenpanzer, Rückenpanzer, Flügelkralle, ach so stimmt, ich habe ja so ein Ding benutzt, ne? Sehen können Peppi-Juwel Schlafwiderstand-Fähigkeit Nehmen wir mal mit 12.000, ja gut, ich kriege bloß 9.000 Sind neue optionale Quest-Verfügel, es wurde eine Arena-Quest hinzugefügt Neue Arena-Quest Chill уда Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, fuck... Irgendwie friert es mir hier, ist kalt. Ich möchte meine Heizungen wieder gescheit off- machen. Aber die ist so weit weg Wir sind bei dem geheimnisvollen Monster gut vorangekommen Willst du der ökologischen Forschungsgruppe Meldung machen? Tatsache, reicht das schon? Uh, an den Meldeponus Dankeschön, Geschenk Die Horizons, die du da und Kooperationsinhalte sind jetzt verfügbar Dankeschön, Geschenk, ja gut, das hab ich auch Die neue Arena Quest Uh Schauen wir mal kurz nach oben Neue Quest bekannt machen Event Quaste Letzte Das ist doch derselbe Scheiß Schauen wir mal, was die Optionalen Quests sagen Chefkoch-Quest Immer lieferbereit Ja gut, die habe ich ja bekommen Das sind die alten, außer der da Cool, ja cool Ja Okay Alles klar Aber wir können uns mal die Beetlejuice Rüstung Bitschel, Bitschel, Bitschel Ach, was weiß ich, wie das blöde Ding Rüstung Schmien Hochwertige Rüstung Brazy unset Okay, also wenn dann der Helm Da auch Raison Set Hat Feuerwiderstand Gift Widerstand Gift Angriff Botaniker Was macht Botaniker Äh, Pro Sammelswohnung Extra Kräuterobjekt Ja Hat was Hat was Achso, ich hab das Dachte ich schon was geben Sunnheitsboost Stufe 2 Botaniker Stufe 2 Gift Angriff Stufe 2 Heißt das, es kommen noch hochwertigere Dinge Alter Pro Sammelforgang Extra Kräuterfrucht Nuss oder Samenobjekt Boah Kann man machen, ne Kann man machen Ich vergesse immer, dass ich auch verbessern muss Habe ich da irgendwas Alter, ich will die Waffe haben, aber ich kann ganz vor der Magda raus farmen gehen Das ist doch scheiße Wirwernklinge, werde 495 270 Gift Schaden Raisin Schuppe Plus Raisin Stachel Plus Raisin Platte Das wäre schon geil Das wäre schon sehr geil Ne, Alter, den Scheiß kenne ich nicht mal Mua Ja gut, ich habe nicht mal das Zeug fürs Erste Ach ne, die kann ich mir Ne, bauen so kann ich mir die auch Und für das kenne ich kein einziges Material, Mann Das ist die Erweiterung von meiner Waffe Ich habe Und nachdem ich auf das nicht gehen kann, ist das doch scheiße Flenflen, grein grein Das kann ich mir, glaube ich, bauen Oder muss ich mir ein paar Sachen Aber wir können mal schauen, was die Paliko Ausrüstung macht Cool Da, Raisin Set Entschuldigung Schaut Voll behindert aus Die Geisterrüstung ist immer noch die da Kleiner Sensen, Mann Ist das eigentlich eine Sense? Ja, tatsächlich eine Sense auch noch Aber ich brauche finsteres Tuch Okay, wir machen mit der Scheiße weiter, was ich habe Ähm Ich muss meine Palikos mal wieder auf Tour schicken Laden, 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 laden Ja, wir sind uns einig, dass wir zumindest eine weitere Verbesserung für die Unterkunft geben sollten Du kannst jetzt den Privatraum nutzen Ja, und da Wenn wir einen Raum wechseln, einfach Luxusraum aus Dann landest du in der besten Unterkunft, die es für Zenny gibt Schon wieder einen neuen Raum? Geil Ich meine, ich mache ja auch die ganze Scheißarbeit, während alle anderen immer sagen Die Fünfte macht ja das alles Scheißdreck macht die Fünfte Wir sind bei dem geheimnisvollen Monster gut vorangekommen Willst du der ökologischen Forschungsgruppe Meldung machen? Was zur Hölle? Was geht denn ab? Ja, scheiße Ich habe meine eigenen Hafen spielende Katzen, Alter Ich habe Hafen spielende Katzen, Alter Das bringe ich meiner auch bei Schnurr-Trupp-Safari Monsterknochen-S Verlassen Ja, kann ich den nicht auf Er hat auch noch einen Boni nehmen Ah ja, stimmt, das kann er hier auch noch nehmen Daten werden gespeichert Bereit, 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 bereit Hä? Okay Los schicken Söldner von Kai Jagen Forschen Schicken wir die los Ich habe die als erstes in den uralten Wald, glaube ich, geschickt Schicken wir sie da hin Kelbys Legianer Ach komm, scheiß drauf, Teil der Verwesung Schicken wir sie, schicken wir sie da hin Was zur Hölle ist das für Wann mal, das stelle ich mir jetzt hin So Nein, das ist scheiße, stell dich gerade hin Nein, 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 das Bild ist besser vor den Katzen Die Katzen sind einfach zu geil Meine eigenen Harfe spielten Fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Servus Die neue Welt Wir sehen uns wieder Ja, 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 ja Ja, ja, ja Wir sehen uns wieder